Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Star Fox, McLeod und Rockabee und dem letzten mal habe ich geguckt wo muss dieser Eisglotz hin, da habe ich ihn rausgeholt und ganz einfach da musst du nur hin. Ehrlich, manchmal ist mir echt zu doof. Na, manchmal springt man einfach da drüber, aber jetzt habe ich ja wenigstens den blöden Klotz da wo ich ihn brauche, denn ich glaube ich muss das Wasser wieder steigen lassen. So, jetzt müsste die Brühe ja eigentlich wieder hochkommen. So, wenn die Brühe jetzt wieder hochkommt, würde ich sagen, gehen wir mal in den nächsten Gang. Jetzt habe ich allerdings glatt, Kabel eingeklemmt, vergessen in welchem ich war oder nicht war. Das ist jetzt doof, ne. Oh, da sagt mir jetzt nix. Aber da ist schon wieder so ein hässliches Tier an der Decke, oh oh. Was ist da noch? Ich glaube ich muss mal ein bisschen gucken, was ich hier so feuerungstechnisch habe. Ach, guck mal da. Oh man, das ist ne Zählerei. Kannst du meinen, du hast echt Katzen davon. Ach du scheiße, noch mehr. Ja. Okay, dann müssen wir da mal hin. Nein, warum ich nicht. Halt, nein, muss mein Feuer. Ich will nur, dass die Kerke gleich ausgeht. Oh, oh. Da war in Hoffnung, dass... Ja, was passiert jetzt? Oder sind die anderen jetzt wieder raus? Oh Mann, ey. Nee, komm, bleib mal hier. Ah, hallo. Ach nee. Ja klar, die gehen gleich wieder raus. Super. Da haben wir genug Power dafür. Kann er sich da nicht irgendwo in die Mitte stellen? Oh Mann, ey. Ah, nö. Also, was? Ich muss da irgendwo anders hin. Kann ich da nicht irgendwo anders hin? Die muss ich doch bestimmt alle gleichzeitig anhaben. Was machen wir hier? Ich muss mich mal umgucken. Was ist da? Nix. Was ist da? Oh, nix. Was ist das da? Naja, nicht Wald spielen. Oh, oh, Flamme haben wir nicht, ja. Ähm, jo, ne. Es erscheint mir irgendwie auch doof, wenn ich da jetzt so... Ach, jo, wo bin ich reingekommen? Lass mich. Wo bin ich überhaupt reingekommen? Da bin ich reingekommen. Lass mal echt genauer angucken. Oh, nee, nee. Kommen wir Ball weg hier. Ach, was. Boah, ich habe ja auch nichts, wo ich jetzt, ähm, wo ich noch ein bisschen Kraft holen kann, oder? Ah, nee, da war ich schon. Ach, der nimmt sogar einen Ball mit ins Wasser. Ist ja lustig. Komme ich an die Dinger von irgendeiner Seite komplett ran? Nee, wieso? Boah, jetzt habe ich auch keine Flamme mehr. Äh, ist ein bisschen blöd, ne? Boah, schmeiß doch den blöden Ball weg. Komme ich irgendwie an alle vier? Oh, Mann. Ey, ich triff sie bestimmt nicht alle vier. Ich triff, ich glaub's nicht, ey. Ja, der hat gut grinsen. Na toll! Und den kriegst du jetzt nicht. Ach, nee. Nee, da muss irgendwo ein Trick sein. Mann, aber wo? Guck mal ran. Oh, ich kann das nicht. Oh, nee, hab ich jetzt kein Feuer mehr, oder? Ah! Mann! Ja klar, jetzt habe ich keine Flamme mehr. Mann, das ist doch doof. Und ich komme ja auch nirgendwo ran. Doch, warte mal, da komme ich hoch, oder? Ach, vielleicht hätte ich da auch mal gucken können. Ja, komm hoch. Bis ich hier wieder was geschnallt habe. Ja, jetzt fall ich runter. Ich brauch nicht. Ah, nee. Ich seh doch den Weg. Ich seh das, was man da hoch kann. Stimmt's? Also ich sollte sehen. Ja. Ja. So, wie sieht das aus, wenn ich hier stehe jetzt? Auch so ein bisschen besser, oder? Ach, man probieren es einfach mal. Ja, weg hier. Die da hinten sind ja echt da. Toll. Ich seh, wie viel ist das so? Aber Mann, das ist doch kacke. Mann! Wo ist der jetzt? Habe ich eine Pflanze jetzt wieder? Oh nee, Mann! Toll! Ja du ist gut, du musst ja auch nicht hier rumklettern. Und da weiß ich ja noch nicht mal ob das überhaupt springt. Und zumindest haben wir dann wieder Flamme. Mann ich... ey Leute! Ich bin zu langsam. Ich treff das nicht. Und dann werde ich es... dann habe ich es nicht mehr. Ey lass! Oh Gottes Wille! Muss ich die auch wirklich so treffen? Tja das ist eine gute Frage. Na komm mal herüber! Du Fuchs du! Ich weiß nicht mal was ich das was ich hier tue jetzt überhaupt tun muss. Ah! Das muss ich nicht tun! Tja! Und wieder lernen wir es. Starfrocks bin ich dich! Habe ich das gekriegt? Oder muss ich jetzt da runter? Ne, ich muss mich da runter, weil das Ding auch noch weg ist. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit? Was gibt es denn hier noch? Was ist das da überhaupt hier? Naja der hat ja sowieso nichts. Ich muss da bestimmt die Dinger... Naja wenn ich den noch hole... Ach jei 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 jei... Ich bin nicht... Oh schlecht ne... Ach was habe ich denn bald schon wieder hierherladen? So! Probieren wir es nochmal. Ist ja nicht lustig. Das bringt ja nichts. Hä? Was soll denn das jetzt? Ganz abgesehen davon, dass ich den nicht sehe. Mann! Ich bin mir nicht sicher, dass das bringt. Nicht mit meinen Händen. Ich brauche echt jemanden, der den Controller hält. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich kann mich echt nicht konzentrieren auf die Kacke. Entschuldigung. Ah, es ist so. Das ist irgendwie aber gar nicht meins. Hier ist irgendwie... Gehe ich da überhaupt richtig in der Annahme, was ich hier tue? Gehe ich recht in der Annahme? Ich bin mir nicht sicher. Ja toll, der fällt wieder runter. Von unten komme ich ja auch nicht besser da hin, ne? Was soll ich machen? Hier ist nichts anderes. Was ist denn das da überhaupt hier? Kann ich da irgendwie rein? Ah, nee. Sehe ich hier was? Ja, weißt du, so komme ich nicht an alle wahrscheinlich, oder? Ja, klar. Ach, ich denke mich vielleicht auch noch an. Ja, das bringt ja gar nichts. Hä? Das ist alles grün. Ja, du hast gut Rachen. Was ist denn, was er will jetzt? Passiert ja nichts. Passiert ja nichts. Mann, die Nummer ist doch... Ich dachte, ich hätte auch immer alle vier gleich grün gehabt. Oh Gott. Ja, jetzt habe ich wieder keinen. Nee, was ist das hier? Nein, hier ist irgendwas falsch. Hier stimmt was nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe hier einen Fehler. Oh, was für ein... Ich kann sonst nichts tun hier. Was macht der? Der liegt hier vorne rum. Pennt. Was ist da? Was ist da? Da war was für den. Da war was für den. Und nun? Und was müssen wir jetzt tun? Ach du Scheiße. Was machen wir jetzt? Na, jetzt haben höchstwahrscheinlich die Dinger da oben eine Bedeutung. Das war auch nicht so richtig. Das weiß ich immer noch nicht, was das will. Ach, da ist jetzt was ausgegangen, da ist was ausgegangen, da ist was ausgegangen. Oh, da läuft ja ne Zeit. Autsch. Scheiße. Lauf runter. Ich brauche bestimmt den Ding hier. Gibt es denn ja nicht runterfallen. Ähm. Ah, ich schieß mal ein Bild drauf los oder? Ach. Ach, ich schieß mal ein Bild drauf los oder? Ach. Ja, das ist halt auch was. Und jetzt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind doch drei so Dinger jetzt ausgegangen. Na toll, jetzt kann ich nichts sehen. Na toll. Wo war denn der jetzt? Oh Mann, oh. Ich heiße nicht mehr. Da brennt nur eins und Dinge. Ja, jetzt. Ah, wohin denn? Hinten vielleicht. 26 Sekunden. Oh, ich habe irgendwas geschafft. Oh ne, oh ne, oh ne. Na klar, mach ich doch. So, hier stehe ich, hier warte ich. Und hier geht es weiter im nächsten Teil. Mit Star Fox, mehr laut. Bis die Tage und ein verzweifeltes Tschüss.